Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ihr wisst, wie es mir geht. Ich bin in the pipe, 555. Danke, dass ihr dieses Video schaut. Drückt, gefällt mir und abonniert. Wir werden heute darüber reden, wie die Banken Bitcoin und Ethereum zerstören werden. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Okay, also, sie legen sich jetzt wieder mit uns an und sie versuchen zu lügen, betrügen und mogeln und wir werden darüber reden. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet in dem gestrigen Video, wo ich das erwähnt hatte, dass die SEC kommt und sagt, ja, BUSD, das ist eine Sicherheit. Ja, okay. Ihr wisst, dass es nicht in Howie-Test besteht und schaut das nach. Der Howie-Test sagt, wenn du dieses Asset kaufst mit dem Wille, dass du dein Reichtum erhöhst anhand irgendjemand seiner Arbeit, dann ist es eine Sicherheit. Aber wie planst du, dein Reichtum zu vermehren? Mit einem Stablecoin. Das kannst du nicht. Und kein anderer arbeitet daran, um diesen Stablecoin, den Wert zu erhöhen. Aber wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Also bleibt bis ans Ende dran. Es wird sehr viel Spaß machen. Und wir werden uns natürlich auch Charts und Analysen ansehen von allen Märkten, um zu sehen, was wir finden, um irgendwelche Trades zu machen. Und wenn ihr traden wollt, dann könnt ihr rübergehen zu famex.davincij15.com oder okx.davincij15.com und meldet euch da an. Und dann könnt ihr Dollar-Cost-Average oder auch traden verschiedene Paare auf diesen Exchanges. Das sind solide Exchanges, also geht darüber. Also, lass uns damit anfangen, mit der ersten Geschichte für heute. Ich habe dir davon erzählt, dass die SEC hinter Krakenherber und BUSD, und das ist größer, als was ich dachte, was passiert ist, Paxos, ich weiß, das steht nicht in diesem Artikel, aber ich muss das erwähnen, sie haben gestoppt, BUSD auszugeben, wenn du BUSD wolltest. Dann bist du zu Paxos gegangen und dann haben sie dir BUSD gegeben und wenn du Dollar haben wolltest, gibst du dir den BUSD und sie geben dir Dollar. Aber leider ist das jetzt vorbei und was bedeutet das jetzt für den Stablecoin von BNB? Wie? Jetzt gerade kannst du nur mit irgendjemandem traden, der das jetzt schon gerade hat, für US-Dollar und hin und her. Also ich glaube, wir werden darüber reden, aber lass uns das lesen. First Mover Asien, Binance BNB-Token stürzt ab. Bitcoin hält sich inmitten regulatorischer Unruhe bei fast 21.800. Das jüngste Vorgehen der US-Finanzaufsichtsbehörde gegen den Binance Stablecoin BUSD und anderen jüngsten Ereignissen unterstreichen, warum Asien eher ein globales Zentrum für digitale Vermögenswerte ist. Aber ihr könnt sehen, das ist eine Scam-Organisation. Ihr könnt jetzt sagen, nein, das ist es nicht. Sie verteidigen uns, sie beschützen uns und sie helfen den durchschnittlichen Menschen. Und sie sind nur hier, um das aufzuhalten, diesen ganzen Schwachsinn. Okay. Folgt mir bei Twitter, weil ich habe richtig coole Updates hier. Und das gefällt mir. Die SEC sagt, ja, Kraken, jetzt Paxus. Die blocken dich von Paxus. Derweil geben sie dir den Zugang von Celsius, FTX, Luna. Also sie helfen dir nicht viel, aber du sagst vielleicht, jetzt sind sie hier, um dir zu helfen. Nach dem ganzen Kollaps, ja. Und wenn da nichts mehr zu kommen ist, ja, dann kommen sie. Und das ist, wie sie handeln. Und das ist so schlimm, das ist eine brutale Lüge. Das ist wie, wenn man sagt, du hast jemanden umgebracht und du weißt, du hast es nicht getan, aber es gibt viele Beweise, sogar ein Video, dass du es nicht gemacht hast oder nicht erst nah an der Person warst und die Regierung sagt, du hast ihn umgebracht. Und jeder glaubt dir. Und das ist einfach, wie es ist. Weil die Regierung das sagt. Und das ist, was jetzt gerade eintrifft mit BUSD und der SEC. Sie lügen. Und das ist in Ordnung. Und das ist unsere Welt. Und das ist eine traurige Situation. Aber ihr müsst es realisieren. Das ist, warum Andrew Tate im Gefängnis ist. Er hat nichts Böses gemacht, aber er ist nicht mächtig genug. Er ist einfach nur reich. Und das hält dich nicht auf, dass die Elite oder das Bankensystem macht, was immer sie wollen. Also halte das in Gedanken. Geld wird dich nicht retten von dieser Elite. Wenn du auf deren Radar bist, dann werden sie schießen. Und es ist egal, ob es richtig oder falsch ist. Und das ist, wie das Bankensystem funktioniert. Das ist nicht die Regierung. Das sind die Banken. Sie sind diejenigen, die hinter diesem ganzen Schwachsinn stecken. der in der Welt abgeht. Okay. Das sieht man nicht alle Tage. Leerer Bitcoin-Blog gefunden. Also das ist sehr interessant. Und ich wollte das erwähnen, weil ich sehr viel über Mining weiß, weil ich sehr lange Bitcoin gemeint habe. Und ich weiß, es ist jetzt zwischen diesen ganzen Krisen, aber ich möchte etwas darüber reden. Und jetzt gerade gab es einen leeren Block. Und das ist nicht so ein großes Thema. Eigentlich, wenn du Bitcoin meinst, als Miner, ich wollte euch das nur wissen lassen, also du versuchst schnell einen Block zu finden, so schnell wie möglich. Also was du tust, du schaust, ob du irgendeinen Block findest mit keinen Transaktionen. Ziemlich schnell. Und manchmal findest du es raus. Und wenn du das tust, wenn du das auf das Network lieferst, dann bekommst du diesen Block Reward. Also willst du den Block Reward aufgeben und einen Block finden, der viele Transaktionen hat, was länger dauert? Oder nimmst du diese 6,2 Bitcoin sofort? Und natürlich sagst du ja zu diesen 6,2 Bitcoin. Und das ist, was eingetroffen ist. Und das ist ziemlich zufällig. Manchmal findest du sie schnell. Aber mathematisch gesehen kannst du den nächsten Block ziemlich schnell finden. Und das ist warum. Ich hatte einen Pool. Und wenn ich einen ganzen Block gefunden habe, kamen sehr viele Miner, weil ich dieses Shared Mining angeboten habe, durch die Hashrate. Mathematisch gesehen war es möglich, den nächsten Block ziemlich schnell zu finden. Und als ich einen Block gefunden habe, kamen sehr viele Miner zu mir und haben es schnell gemeint, mit der Hoffnung, schnell den nächsten Block zu finden, sodass sie ganz schnell diese Belohnung bekommen. Weil mathematisch kannst du das machen. Und das ist auch eine Möglichkeit für Bitcoin. Also das ist kein großes Thema. Macht euch keine Gedanken. Es gibt eine Zeit in der Zukunft, wo das Bankensystem ein großes Thema daraus macht. Und ihr müsst sicher gehen, dass ihr euren Freunden sagt, dass ihr sagt, keine Sorge, das ist normal. Das Bankenproblem von Krypto. Die Industrie braucht Zugang, aber die US-Aufsichtsbehörde halten digitale Vermögenswerte in Schach. Die Bundesaufsichtsbehörden scheinen freie Hand über das US-Schicksal von Krypto zu haben. Und sie nutzen ihre Macht, um es aus den Bankenwesen zu verdrängen. Ja, das werden die machen. Und warum? Weil das wird die beenden. Das wird die zerstören. Sie sind nicht blöd. Ich meine, wenn irgendeine Technologie kommt oder irgendwas und es deinen Job nimmt und du deinen Job nicht verlieren willst, wirst du, glaube ich, alles in deiner Macht machen, deinen Job nicht zu verlieren. Also das ist keine Überraschung. Krypto kann ohne Banken nicht das werden, was viele von seinen Befürwortern wollen. Das stimmt nicht ganz. Aber die Aufsichtsbehörden kreisen die Wagen ein, um das von ihnen beaufsichtigte Bankensystem zu schützen. Diese Barriere wird nur noch größer, da die föderale Reserve und andere Behörden Kryptofirmen abweisen. Die versuchen, sich mit dem traditionellen Finanzsystem zu verbinden. Man kann nicht etwas aufhalten, eine Technologie, dessen Zeit gekommen ist. Es ist unmöglich. Nichts kann Bitcoin aufhalten und Kryptowährungen allgemein. Sie können es nur verlangsamen. Das war's. Der Tag wird kommen, wenn jeder zu Bitcoin wechselt oder zur Kryptowährung, weil es einfach eine bessere Technologie ist, weil es ein besserer Weg ist, dein Reichtum aufzubewahren und es ist ein besserer Weg, irgendeine Transaktion mit irgendeinem Menschen auf der Welt durchzuführen, um dein Reichtum zu transferieren. Indem du deine Arbeit transferierst oder auch deine Assets wie Mineralien oder irgendwas, was du auf deinem Land hast. Für irgendjemand anders mit einem Asset, was immer an Wert steigt, weil es limitiert ist an der Anzahl, die es gibt und es macht perfekten Sinn, es zu benutzen als Geld. Weil du nicht betrogen wirst, weil du bekommst ein Asset, was wertvoll ist, genauso wertvoll wie das Asset, was du denjenigen gibst und wenn du es hältst, wird es sogar steigen und es macht einfach Sinn. Oh mein Gott! Was? Ich werde ein Asset halten, wo der Wert steigt und es ist mehr, als was ich jetzt gegeben habe? Oh mein Gott! Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Leute dieses Konzept verstehen? Dass du bei einem Job bist und du bekommst ein Asset, wo der Wert steigt und nicht fällt? Wow! Ja! Also sie wissen, dass deren Zeit limitiert ist auf diesem Planeten und deswegen gibt es kein Aufhalten. Sie können es nur verlangsamen. Also ja, sie machen weiter mit diesen Nachrichten. US Crackdown versucht Krypto an den Rand der Finanzen zurückzudrängen. Der Freipass von Krypto wird entwendet. Ja, genau. Da die mächtigsten US-Finanzaufsichtsbehörden wichtige Türen zu dem Landesbankensystem schließen. Ja, ihr dürft es nicht tauschen. Bitcoin in Dollar? Nein! Mir ist es aufgefallen, dass Coinbase immer noch funktioniert oder Binance US? Also ja, ich weiß nicht, wie sie diese wichtigen Türen schließen, aber sie können darüber reden. Und das ist, was sie tun. Eine unverblümte Erklärung, dass besagte, krypto-bezogene Risiken, die nicht kontrolliert werden können, nicht in das Bankensystem migrieren dürfen. Ja, sie können einfach reden. Habt ihr Coinbase geschlossen? Habt ihr Binance geschossen? Nein, das haben sie nicht. Okay. Also hört auf mit diesem Schwachsinn. Das wird nicht funktionieren. Also das ist, was sie machen. Sie reden und drohen und bellen einfach nur mit deren Wörtern und sie lügen über Binance über BUSD. Also das ist nicht vorbei. Macht euch keine Gedanken. Ich bin mir sicher, Binance wird irgendjemand anders finden und nicht Paxos und dieser Typ, Gary Gensler, der böseste Mensch, den ich kenne. Oh, Gary Gensler kommt, um Krypto zu retten und ich denke mir, oh wow, die Leute kennen nicht erst seine Geschichte, wie schlimm diese Leute sind und ich weiß es, weil ich kann mich daran erinnern, an Gary Gensler in den Silberzeiten, wo er gekommen ist, um Silber zu retten und ich habe Artikel gelesen, wo die Leute sagen, oh, Gary Gensler ist gekommen, um das Silber zu retten, von der ganzen Manipulation und ich denke mir, okay, warum trauen die Leute Politiker und der Regierung? Was? Auf was für einem Planeten lebt ihr? Wo das immer funktioniert? Es gab nie eine Zeit, wo die Politik oder die Regierung irgendwas richtig gemacht haben. Ja, okay. Ich werde das zurücknehmen. Ja, es gab positive Politiker, aber die meisten in der Geschichte ist das nicht eingetroffen. Aber was wir öfters sehen, dass wir schlechte Politiker haben und wir sind in einer Situation, in der Geschichte, wo sie alle schlecht sind. Und das ist immer nur durch diese Revolution, wo wir positive Politiker bekommen und wir werden das, glaube ich, mehr sehen von dieser Positivität, wenn Bitcoin Geld wird, weil jetzt gerade, wenn du Geld drucken kannst, kommen die schlimmsten Leute immer an die Spitze, weil sie wissen, wie sie durch diesen Dschungel gehen und die Leute betrügen und scammen, weil genau das ist, was das System macht und wenn du ein System hast, was über Betrügen und Belügen geht, wird der beste Scammer bis an die Spitze kommen und das ist einfach, wie es ist. Also das ist unser jetziges System und es wird ein Ende haben. Also, es gibt jetzt gerade ein wöchentliches Death Cross und das ist das erste Mal, dass das eingetroffen ist in der Geschichte von Bitcoin, dass wir ein wöchentliches Death Cross sehen und was ist das? Wir werden darüber reden in der technischen Analyse, aber bevor wir das tun, danke Leute, dass ihr für mich wählt. Ich bin über 1000, 1162. Vielen, vielen Dank. Ich schätze das, wenn ihr nicht gewählt habt, kommt drüber und wählt für mich bei blockchainlive.com. Ich schätze das wirklich sehr. Die Links sind in der Videobeschreibung und danke, dass ihr für mich wählt und mir diese Liebe zeigt, ich schätze das wirklich sehr, ich bin weit voraus und das schätze ich. Also, lasst uns rübergehen zu den Charts und dann können wir uns das wöchentliche Death Cross ansehen. Ich werde erstmal hier ein bisschen aufräumen und das entfernen. Also, die blaue Linie ist das 50 Moving Average und die braune Linie ist das 200 Period Moving Average und wenn das blaue, die 50 Moving Average, das 200 Moving Average nach unten durchbricht, durch das 200 Period Moving Average, das nennen wir ein Death Cross. Aber ich glaube, dass es nur effektiv ist auf der täglichen Chart und nicht viel Effekt hat auf der wöchentlichen Chart. Wir haben auch einen Golden Cross auf der täglichen Chart gesehen. Ich werde euch das zeigen. Hier gibt es das Golden Cross und ihr könnt sehen, als wir das geformt haben, gab es einen großen Bounce, um dich einzusaugen und dich auszulöschen. Aber im Großen und Ganzen wird es positiv sein, weil wir uns hier umdrehen. Über den langfristigen Trend und bedeutet das, dass dieses Death Cross auf der wöchentlichen Chart, bedeutet das, dass der große Trend sich ins Negative wechseln wird? Nein. Und warum nicht? Also, wir werden uns das ansehen auf der täglichen Chart. Wie viele Mal hatten wir das schon gesehen? Hier haben wir einen Death Cross gehabt und einen Golden Cross. Wenn wir uns die Geschichte und die Vergangenheit ansehen, wird der auffallen Death Cross. Das bedeutet, wir sind gedammt. Aber lasst uns das ansehen. Wir hatten einen Golden Cross, sind etwas nach oben gegangen und das ist nicht ganz so weit hoch gegangen. Und dann hatten wir hier einen Death Cross, aber schaut euch das an. Das ist nach unten gegangen, aber kurz danach haben wir uns umgedreht. Also, das hat nicht funktioniert, wenn du das geschortet hast. Du hattest nur eine kleine Bewegung und dann hatten wir einen Pump auf der täglichen Chart. Also, ihr könnt sehen, dass diese Death Cross oder Golden Cross, auch wenn sie eintreffen, sie haben nicht immer so viel Aussagekraft und sind nicht akkurat. Hier, Death Cross, Pump. Death Cross, Pump. Hier war ein kleiner Dampf, aber wir sind danach gepumpt. Also, das ist nicht 100% akkurat. Hier hatten wir einen Golden Cross und wir sind gepumpt. Also, das ist nicht 100% akkurat. Also, haltet das in Gedanken. Wenn ihr euch das anseht, diese Death Cross und Golden Cross, die sind nicht 100% genau. Und bedeutet das, dass es positiv ist? Ja! Weil wir den Bernmarkt beendet haben, weil Bitcoin in Zyklen läuft und höchstwahrscheinlich trifft das ein mit anderen fundamentalen Events. Also, das ist der beste Weg, wie man das traden kann. Ihr tradet mit sehr vielen Indikatoren, die dir sagen, in welche Richtung es geht. So wie dieser Indikator, der sagt uns positive Richtung, wenn wir uns die fundamentalen Werte ansehen, positive Richtung. Und dann sucht ihr noch einen Indikator, der dir diese positive Richtung anzeigt und das ist, wie du tradest. Ihr könnt jetzt sagen, hier gibt es eine Divergence, hier unten und es gibt so viele Indikatoren, die dir jetzt sagen, dass wir ins Positive gehen. Also, das müsst ihr machen. Auf der täglichen Chart. also du könntest diese wöchentliche Chart nehmen, die sagt, oh mein Gott, es ist vorbei. Ich werde das erst schließen, hier alles. Die sagt, es ist vorbei und das ist nicht richtig, weil es ist nur ein Indikator, der dir irgendwas Negatives sagt. Aber du könntest sagen, aber der Preis geht nach unten. Ja, der Preis geht nach unten, aber wir bekommen keine Signale oder wir bekommen kein Signal, dass wir hier richtig heftig dampen und das könnte sich ganz schnell umdrehen und wir haben sehr viele Moving Averages. Um den Preis weiter oben zu halten, wir haben das 13. EMA und wir haben das 21. EMA, was auch genau hier ist. Also wir können sehen, dass wir höchstwahrscheinlich gehalten werden von diesen EMAs. Vielleicht brechen wir etwas durch, aber wir werden nicht lange darunter bleiben und ich glaube wirklich nicht. Normalerweise, wenn wir das 13. EMA durchbrechen und wir in die Nähe kommen, werden wir einen großen Pump sehen. Also haltet die Augen auf, dass wir beide einen riesen Pump sehen, aber lasst uns runtergehen auf den niedrigeren Zeitebenen. Lass uns auf die 4-Stunden-Chart gehen und da könnt ihr sehen, dass wir hier abprallen von der Unterstützung, aber das ist kein positives Signal hier. Wir testen diese Unterstützung nochmal, sind unter dem 13. EMA auf der 4-Stunden-Chart und die Möglichkeit, dass wir runtergehen bis zu dem nächsten Unterstützungsbereich, könnten wir von ausgehen, wenn wir sehen, dass wir nicht über die 22.100 Dollar gehen, wenn wir dadurch brechen, dann könnten wir sagen, dass wir diesen großen Trend umdrehen, aber leider, wenn es hält, diese nächste Unterstützung, das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber das wäre schön, wenn wir über der 38.2 bleiben können und das wäre bei den 21.200 Dollar in dem Bereich, wenn das der Fall sein sollte, dann könnten wir sehen, dass wir uns da umdrehen, aber nicht wahrscheinlich. Also was ist der Trade jetzt gerade? Es gibt nicht sehr viele Trades hier, ihr müsst warten, aber ehrlich gesagt, es gibt so viel Unterstützung hier und wir müssen das heftig durchbrechen, um wirklich zu sagen, diesen Trade können wir nehmen, also lasst uns einfach warten, okay, lasst uns rübergehen zu Ethereum, wir sind unter dieser Unterstützung und das gibt uns das Signal, ja, wir werden weiter runtergehen, wir haben die Unterstützung durchbrochen und die 38.2, das ist ein kritischer Bereich, also wir könnten sagen, das ist keine positive Situation, und wir können sehen, dass wir das nochmal testen, hier mit diesen Kerzen, diese Unterstützung und wir sind abgeprallt und die Kerzenkörper sind jetzt unter der Unterstützung und wir haben uns auch davon umgedreht, von dieser Unterstützung, die jetzt Widerstand ist und wir können sehen, dass wir sehen bei Bitcoin, dass das auch eine Short ist oder höchstwahrscheinlich, dass wir hier eine Short sehen, dass wir uns hier umdrehen, es gibt eine niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier umdrehen und weiter nach oben gehen, es ist möglich, aber es ist wahrscheinlicher, dass wir weiter nach unten gehen und runter gehen zu 61.8, aber höchstwahrscheinlich bis ganz runter zu 88.6. Entschuldigung, ich will nicht der Bär der schlechten Nachrichten sein, keiner will den Bärmarkt sehen, aber das ist wo wir jetzt gerade sind und wir müssen das akzeptieren und das dementsprechend traden. Wir können das traden etwas einfacher jetzt, da wir jetzt eine klare Richtung eingeschlagen haben, wir können einen 2% Verlust nehmen auf diesen Trade weil wir uns hier umdrehen von diesem Boden und wir nehmen einen 2 zu 1 und das ist ein guter Trade, der dich runterbringt bis zu den 50%, wo du Profite nehmen könntest und einen Stop Loss in den Profit ziehst oder zu 50%, um zu sehen, ob es sich den ganzen Weg runterbringt bis zu 88.6. Umsonst und dann hast du einen freien Trade, also mit dem gesagt, wir können zurückgehen zu Bitcoin weil wir wissen jetzt in welche Richtung wir gehen und dass das definitiv weiter nach unten geht dieser Trend und ihr könntet das Risiko eingehen Bitcoin ist etwas schwieriger zu lesen und deswegen liebe ich Ethereum mit Bitcoin zusammen um zu entscheiden in welche Richtung es geht da Bitcoin jetzt komplett manipuliert wird von der Regierung und sie machen es ziemlich schwierig um das zu traden ähnlich wie Forex also ihr könntet ein 2 zu 1 auf dieser Bewegung nehmen um zu sehen vielleicht prallen wir ab von der 38.2 etwas aber wir könnten etwas niedriger gehen und wieder hochkommen und dann könnten wir sagen wir nehmen einfach 50% vom Tisch um zu sehen ob es ganz weiter runter geht weil wenn wir uns das ansehen und weiter nach unten gehen und in 50% durchbrechen was ungefähr bei den 20.300 Dollar ist dann könnten wir sehen dass wir ziemlich einfach den ganzen Weg runter kommen können zu 61.8 oder sogar zu den 70.5 bei 18.600 Dollar leider für Bitcoin Oh Mann ich hasse es der Bär der schlechten Nachrichten zu sein aber das ist was wir jetzt gerade sehen wir haben uns umgedreht und es wirkt so als hätten wir nicht sehr viel Hoffnung dass Bitcoin von hier pumpen könnte weil ja es gibt sehr viele negative Nachrichten und normalerweise wenn wir sehr viele negative Nachrichten sehen dann drehen wir uns um und das sehen wir basierend der Charts und natürlich den Nachrichten dass wir nach unten gehen leider ok also danke dass ihr alle geschaut habt danke dass ihr hier wart und ich hoffe euch hat diese Sendung gefallen drückt gefällt mir und abonniert und ich würde das wirklich sehr schätzen die einfachsten Sachen die ihr machen könnt wenn ihr nicht traden wollt dann kauft Bitcoin und kauft nur für 100 Dollar jede Woche oder einfach nur 10 Dollar wenn du dir 100 Dollar nicht leisten kannst 10 Dollar in der Woche in Bitcoin und du wirst es nicht bereuen in 10 Jahren dann wirst du so glücklich sein dass du das getan hast und das einzige was du machen musst wenn es einen Notfall gibt oder irgendein Problem wo irgendjemand sagt ich brauche Geld oder irgendwas eintrifft stell dir einfach vor dass deine Bitcoin nicht da sind und du sie nicht hast weil das wird dich retten und wird dein Leben retten und dein Reichtum viel mehr als irgendeinen Notfall in irgendeinem anderen Asset also versuch nicht diese Bitcoin auszugeben überhaupt nicht also danke dass ihr geschaut habt und wir sehen euch morgen ciao Outro